Der Artly Energon 2, einer der stärksten in der Preisklasse für Home-Projektoren, ist quasi der König unter den Projektoren, weil er nicht nur enorm hell ist, sondern auch einige andere Features besitzt. Zum einen ist er sehr konnektiv, das heißt, er lässt sich mit sehr, sehr vielen oder nahezu allen Endgeräten verbinden. Mit dem Handy, mit WLAN, mit Sticks und so weiter. Also dafür ist das Ding wirklich mega gut. Gut, allerdings hat das Gerät auch einige Nachteile und ist nicht für alle Anwendungen geeignet. Lasst uns also zusammen den High-End Beamer checken zum kleinen Preis und gucken, für wen der geeignet ist. Mehr fahrt ihr definitiv nach dem Intro. Ab geht's, Bauke Krammer. Der Beamer, das ist wirklich ein geiles Teil. Und es gibt wirklich sehr viele Günstige auf dem Markt. Die sagen, die hätten Full-HD. Dieser Beamer hat tatsächlich Full-HD. Er lässt sich ganz einfach mit den Endgeräten verbinden. Und wir können hier quasi unseren Bildschirm spiegeln und uns hier die Sachen angucken, die wir hier so haben. Ganz wichtig ist, der Beamer hat 8000 Lumen. Das ist wirklich enorm viel für einen Home-Beamer, sage ich mal. Und es sind auch tatsächlich 8000 Lumen. Und das bringt natürlich auch gewisse Nachteile mit sich. Und die wollen wir jetzt mal kurz einmal abchecken. Und zwar bringt ein solcher Beamer natürlich eine gewisse Lautstärke mit sich. Für alle, die in Vereinen oder irgendwas vielleicht eine Präsentation machen wollen oder da am Lernen sind und einfach das Ding nur als Tageslichtprojektor benutzen möchten, für die ist es definitiv nichts. Weil, ihr hört's... Geh mal mit dem Mikrofon ein bisschen dichter ran. Das Teil ist super hell. Lässt sich bei relativ schlechten Lichtverhältnissen, also viel Licht, gut betreiben und gute Ergebnisse erzielen. Allerdings bringt es halt mit sich, dass wir hier auch eine gewisse Lautstärke haben. Die kommt natürlich von der Kühlung. Denn 8000 Lumen möchten gekühlt werden. Denn so eine Lampe wird wirklich extrem heiß. Und das heißt, wir brauchen viel Licht, wenn wir Kinofilme gucken wollen, die auch eine coole Auflösung haben, die eine schöne Lichtfarbe, eine schöne Qualität haben. Und deswegen muss man hier unterscheiden zwischen Beamer für den Kinogenuss oder Beamer für die Präsentation. Für die Präsentation packe ich euch gerne einen Link unten mit rein, beziehungsweise einen Produktlink. Der führt euch zum Akkubeamer. Die sind leise. Die machen auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein relativ gutes Bild auf einer Leinwand zum Beispiel oder einer weißen Wand. Und damit habt ihr auch gute Möglichkeiten, halt das ganze Ding portable einmal zu benutzen, das mit Akku und halt was zu präsentieren. Die Dinger sind natürlich für Filme nichts. Die haben eine schlechte Auflösung. Und deswegen für alle Kinofreunde, die jetzt nicht abschalten, gucken wir uns das Ding mal genauer an. Also was schon mal als positiv hervorsteht, ist definitiv, dass wir eine schöne Transporttasche haben, wo der ganze Beamer verstaut ist. Denn so können wir das Gerät auch mal mitnehmen und nicht jeder hat das dauerhaft an der Wand hängen und können das zum Beispiel, wenn wir draußen zelten sind oder sonst was machen oder irgendwo in der Firma einen Vortrag haben oder einen Film gucken, dann können wir hier das ganze Ding immer schön mitnehmen. Die Tasche ist schön gepolstert. Wir haben dann hier natürlich noch ein Stromkabel mit dabei und hier einmal ein HDMI-Kabel, das wir eigentlich nicht brauchen, denn wir können uns mittlerweile ganz modern mit dem Handy verbinden. Außerdem natürlich hier unsere Audio-Video-Stecker und eine kleine Anleitung. Fernbedienung ist auch mit dabei. Kleiner Negativpunkt, Batterien mussten wir extra kaufen. Designmäßig ist es zeitlos. Wir können das definitiv ohne Probleme in unsere Wohnung reinstellen. Ein schwarzes Kästchen haben wir hier, das natürlich für die Fernbedienung, für den Infrarotempfang haben wir vorne und hinten natürlich. So können wir es bedienen, ohne direkt von irgendeiner Richtung jetzt gebunden zu sein. Hier vorne versteckt sich unsere Linse, den Fokus können wir hier drüber oben sehr gut verstellen. Also es lässt sich gut damit arbeiten. Natürlich muss ja eingefahren sein, wenn wir hier unseren Linsenschutz draufsetzen. Haben wir die Fernbedienung mal verlegt, auf den Beamer sind zur Not nochmal die grundlegenden Befehltasten drauf, um hier durchs Menü steuern zu können. Ganz sinnvoll an der Seite, wir können hier unser Sieb rausziehen und das reinigen, wenn zum Beispiel kleine Tiere oder was reinfliegen, das haben die günstigeren Beamer nicht. Die haben meist so einen Fliegenschwamm, sage ich mal und hier kann man das Ganze präzise rausziehen und auch wieder reinstecken, reinigen, also hat man hier auf jeden Fall länger was von. Und das ist auch ganz wichtig, denn der Beamer, die Lampe, die LED hält 80.000 Stunden. Bei den Älteren war es so, da hat man die Birne ausgetauscht, bei den neueren Modellen ist es nicht mehr so. 80.000 Stunden können wir damit gucken, bedeutet wir können über, was war das, 9,2 Jahre, ich musste das erstmal ausrechnen, damit gucken, bevor uns die Birne durchbrennt. Und wenn wir nur die Hälfte der Zeit gucken würden, 12 Stunden, da muss man schon Hartz IV haben, dann kommt man auf fast 20 Jahre und bis dahin haben wir wahrscheinlich irgendwelche Chips in den Augen einoperiert, womit wir dann Fernsehen gucken können. Auf der Rückseite haben wir einmal den Oldschool VGA-Anschluss, also da können wir auch wirklich alte Geräte noch mitkoppeln. Dann natürlich zweimal HDMI, dann ganz wichtig 5 Volt Out, um unser Handy zum Beispiel zu laden. Wenn wir das zum Beispiel den Film darüber laufen lassen, dann haben wir keine Angst, dass danach unser Saft weg ist. Außerdem ein USB-Input, zum Beispiel können wir hier auch die Filme von dem Stick oder was abspielen, dann einmal den AV-Anschluss, dann den Kopfhörer, Ausgang, können wir natürlich auch per Bluetooth-Boxen anschließen. Das finde ich auch ganz wichtig, weil mit Kabeln, das macht man heutzutage nicht mehr. Außerdem können wir hier Micro SD anschließen. Hier sehen wir nochmal auf der Rückseite unseren Infrarot, unsere Infrarotschnittstelle für die Fernbedienung und hier auch dasselbe nochmal eine Wartungsklappe mit Filter, damit wir hier keine Fliegen haben, die abfackeln. Außerdem können wir hier unseren Keystone einstellen, das heißt, wie das Bild an der Wand liegt. Sonst haben wir nämlich ein Trapez und kein Rechteck, beziehungsweise das sieht nicht gut aus. Dann haben wir hier unseren On-Off-Schalter und hier natürlich den Einlass für die Stromversorgung. Im Gegensatz zu allen anderen BIMON, die ich bis jetzt hier zum Testen hatte, haben wir auf der Unterseite nochmal die Möglichkeit, einen kleinen Fuß auszufahren. Bei dem meistens ist es so, dass es da geschraubt ist und hier ist es so, wir können hier einmal die Push-Taste drücken und dann kommt hier unten ein ungefähr 6 bis 7 cm langer Stängel raus, mit dem wir zum Beispiel Unebenheiten oder Strecken überbrücken können. Also mega praktisch in meinen Augen. Manchmal möchte man das Bild ja halt ein bisschen höher haben und dafür ist es natürlich super, das Ganze unten auch gummiert, das ganze Ding ist unten gummiert und überträgt somit keine Vibrationen an den Tisch und außerdem rutscht es nicht. Wir werden das Bild auch gleich mal an die Wand werfen. Das Einzige, ihr dürft da nicht zu viel reininterpretieren, denn das ist abgefilmt mit einer Kamera, die natürlich bei mehr Licht besser funktioniert, als wenn man hier in der Umgebung das Ganze ein bisschen abgedunkelt hat. Aber damit ihr mal kurz einen Eindruck bekommt, was so geht, hier ist ein Video von der Amazon-Bewertung, wie das Ganze bei Helligkeit reagiert. Also kann man zum Beispiel Fußball bei der Helligkeit gucken oder taugt es überhaupt nichts. und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Leistung, sehr gutes Ergebnis und dann schalten wir mal rein ins Menü. So, was wir auf jeden Fall sehen können, der Raum ist voll erleuchtet und wir haben wirklich schönes Bild, also wir könnten so schon was gucken. Wenn natürlich ein besseres Ergebnis ist, wenn wir das Licht ausmachen, Moment, ja, wir haben immer noch Licht, aber das Hauptlicht ist halt aus und so kann man perfekt gucken und das sollte man in jedem Wohnzimmer hinbekommen, in jedem Hobbykeller oder Filmdachboden oder an den Wohnwagen, wenn man sich ranschmeißt und genau so muss es aussehen. Das ist jetzt hier auch eine Steinwand, das ist nicht irgendwie eine besondere, reflektierende Markise, die ich hier runtergezogen habe. Man kann halt mit der Leinwand noch mehr rausholen, aber warum, das ist völlig ausreichend, eine weiße Wand, da braucht ihr keine Leinwand zum Runterziehen. Einfach nochmal einstellen und das geht auch sehr gut. So, wir können mal ganz kurz hier auf die Medien raufgehen, dann sehen wir hier natürlich Film, Musik und so weiter, da können wir von unserem USB-Stick abspielen, haben wir hier nicht installiert. Dann können wir uns natürlich die Quellen auswählen, was wir hier nutzen möchten, HDMI 1, HDMI 2, VGA, AV-Anschluss und halt unten nochmal die Bildeinstellungen vornehmen, aber ich finde, das passt soweit ganz gut. Bei der Konfiguration, also wie gesagt, das ist alles auf Deutsch, das ist nichts irgendwie, was wir hier haben. Über Bluetooth ganz interessant, denn wir wollen natürlich beim Kinogenuss auch ein bisschen Sound haben, das heißt, über Bluetooth lassen sich die Boxen verbinden. Extra nochmal zum Handy halt, Projektionen, welche Art, ob wir von hinten oder von vorne projizieren wollen, dann natürlich hier die Sprache ist schon eingestellt. Über Android können wir mit Miracast arbeiten, über iPhone, also iOS mit iOS Cast und dann können wir natürlich über die spezielle App alle anderen Geräte nochmal verbinden. Denn andere Geräte, wie zum Beispiel Windows-Geräte und so weiter, also wir können hiermit alles verbinden und am Beamer betreiben. Wie groß wird das Bild an der Wand? Beim Abstand von 2 bis 3 Meter kommen wir auf 75 bis 100 Zoll, ist auch das, was der Hersteller empfiehlt. Wir können auch auf bis zu 120 Zoll gehen, also das Bild ist dann auch akzeptabel, weil wie gesagt, das sind die Herstellerwerte. Wir haben hier nochmal eine Zoom-Funktion, das heißt, wir können das Bild auch anpassen, weil nicht immer passt der Abstand zur Wand und das ist auch wieder ein wichtiges Kriterium, was ein Pluspunkt für einen Beamer ist. In der Preisklasse ganz klar kann es kein 4K-Beamer sein, also es wird aber 4K unterstützt, aber es ist wie gesagt ein Full-AD-Beamer und nicht irgendwie sowas Hochskaliertes, sondern es ist ein echtes Full-AD-Bild. Aber wie gesagt, der wichtigste Punkt, der kommt wirklich zum Schluss und das ist das hier. Wir gehen auf Bildschirmsynchronisierung, wir haben unseren Adli, ich sage immer Adli und den können wir dann hier verbinden. Für alle, die nicht genau wissen, wie man das gerade verbindet, gibt es immer eine Anleitung zu, Schritt für Schritt. Hier steht es dann Bildschirmsynchronisierung, den Adli und dann geht es ab. Die Direktübertragung vom Handy auf die Leinwand finde ich immer noch am besten, denn hier können wir sagen zum Beispiel, okay, jetzt gucken wir mal hier zusammen eine Webseite an. Als kleines Beispiel hier mal meine Homepage oder natürlich halt YouTube-Videos. Was man natürlich sagen muss, soundtechnisch sind wir hier nicht up-to-date. Nichts zu fressen mehr. Das alles und noch viel mehr würde passieren. Was ich gut finde ist, der Beamer selbst hat eine hohe Lautstärke. Natürlich, wenn man Kinofilme guckt, dann braucht man so eine Bassbox und die sollte man dann einmal mit Bluetooth verbinden. Ansonsten, meinen Augen nach, steht im Kino-Genuss hier für zu Hause auf jeden Fall nichts nach dieses Gerät. Aber für den Kinofilm-Genuss, für Fußball und so weiter ist das Ding wirklich mega Bombe. Vor allem Preis-Leistung in der Lumenklasse ist mega gut und ihr habt wirklich gute Ergebnisse auch bei hellerem Licht. Wer also Interesse hat, schaut doch mal unter dem Video in die Infobox rein. Ich habe das Ganze verlinkt. Auch diesen Akku-Beamer, wer jetzt nur Präsentationen macht, da kann man auch Videos mit gucken. Ja, aber es ist natürlich nicht Full-HD und das sieht man auch. Aber das Ding hier kriegt von mir auf jeden Fall 4,5 Sterne einen halben Punkt abzug. Wie gesagt, wegen dem Lüfter, der relativ laut ist, den man aber braucht bei so einer Lumenstärke. Das ist auch ganz wichtig, dass man das sagt. Und halt super viele Punkte, weil das wirklich gut funktioniert mit Apple, mit Android, mit Windows. Sich hier mit zu connecten, das ist einfach, ohne dass man da irgendwas studiert haben muss. Vor allem ist es alles auf Deutsch und es ist beschrieben. Also, lasst ein Abo da, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Onkel Kramer. Und wir machen noch ein bisschen Party hier. Haut rein, ciao, boom, shakalaka. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.